Wenn ihr neu dabei seid, am Ende der Saison wird Platz 1 ein Trikot der nächsten Saison gewinnen. Der zweite Platz kann sich was aus meinem oder aus dem Betze-Live-Wine-Shop im Wert von 5,40 Euro aussuchen. Und der dritte Platz bekommt ein halbes Jahr Sub auf meinen Nacken. Hier auf diesem Kanal. Ich verlange nichts Unmögliches. Wer es nochmal nachlesen möchte, wie das Ganze abläuft, gar kein Problem, wir haben nur einen Link, gell? Jeder hat die Möglichkeit, pro Spieltag vier Punkte zu sammeln. Drei Punkte gibt es, wenn man auf Sieg, Niederlage oder Unentschieden richtig tippt. Und wenn du auch noch das Torverhältnis richtig tippst, dann gibt es einen Bonuspunkt obendrauf. Vier kann man pro Spieltag ergattern. Was gibt es zu beachten? Bei uns ist es easy eigentlich. Es kostet kein Geld mitzumachen. Follower muss es sein. Im Stream dabei bleiben. Das war es, oder? Bei Heimspielen bin ich ja in der Westkurve. Da streame ich immer den Abend davor um 20 Uhr und sammle da eure Tipps ein. So circa eine Stunde geht es immer. Und zu Auswärtsspielen bin ich eine Stunde vor Anpfiff Online. Da sammle ich eure Tipps ein, bis der Sherry anpfeift. Und dann können wir auch schon loslegen. Okay, let's go. Einen wunderschönen guten Abend. Na, wie geht's euch? Wunderschönen Freitag wünsche ich euch. Ich bin schon wieder krank. Moin. Bayern Betze ist da. Dennis Wolf ist da. Dennis Omniscient ist da. Wer ist denn noch da? Ich krieg keine Luft. Der 32. Spieltag. Mir sind de Ham, das Ganze gegen Magdebursch. Das wird geil. Flutli Spiel. Hufen Betze. Let's go. Ich bin trotzdem da, ob ich krank bin oder nicht. Ist mir sch*** egal. Morgen Heimspiel, 20.30 Uhr. Wer de Ham bleibt, ist selber schuld. Ja, guten Tag. Wolfsblutrot-Weiß. So, gehen wir doch mal ganz kurz, weil wir eh gerade dabei sind. So sieht's aktuell aus. Ich bin sogar wieder auf Top 3. Juhu. Nur leider kann ich nichts gewinnen. Aktuell wär's so, Bayern Betze auf dem ersten Platz. Würde dann das Trikot seiner Wahl bekommen. Der Gun Shooter auf Platz 2 würde die 45 Euro in meinem Shop oder im Betze live bei einem Shop bekommen. Und der Kai würde aufrutschen auf Platz 3, weil ich nett zähle. Wer mir noch nicht folgt, in Klammern, mich noch nicht abonniert. Dann bitte macht das Ding grau. Ich wäre super nett von euch. Bayern Betze gewinnt auf jeden Fall irgendwas. Gun Shooter ist noch nett safe. Wenn jetzt noch die Relegation dazukommen würde, dann sind alle noch nicht safe. Gehen wir mal dafür aus, es kommt nicht. Wir schaffen es einfach. Punkt, aus, fertig. Berlin packen wir auch. Bist du dir da so sicher? Hertha. Achso. Achso. Morgen noch gegen Magdeburg. Die Woche drauf gegen die Hertha. Da stream ich dann wieder. 12 Uhr am Samstag. Denk dran. Dann Braunschweig. Und dann, ja. Ja, wir haben jetzt noch drei Spiele. Und dann ist Pokalfinale. Aber man weiß ja nie. Fußball. Man weiß es nie, was passiert. Aber ich rechne mir da nicht viel aus. So, das andere ist, einmal bitte auf meinen YouTube-Channel gehen. Das Video vom letzten Mal liken und einen Kommentar dalassen. Weil ein Kommentar und drei Likes, das ist ja frech. Eine Ewigkeit später. Wollen wir dann schon loslegen? Okay, let's go. Ab dafür. Bayern-Betze 3 zu 1. Mit voller Überzeugung. Ein klares und leckeres 2 zu 0, sagt Dennis Omniscient. Wolfsbrunruhe weiß 2 zu 1. Ach ja, genau. Und die Leute, die noch kein Mitglied sind beim geilsten Verein der Welt. Da ist der Mitgliedsantrag. Einmal ausfüllen. Das ist wirklich nicht viel, was man da bezahlen muss. Wozniak! Wozniak sagt 4 zu 2. 3 zu 1 für unseren FCK, sagt Dennis Wolf. 1 zu 0. Kai tippt 3 zu 1. So, also. Letzte Minute läuft, Leute. Letzte Minute läuft. 3 zu 1, sagt Triss. Komm ich gerade noch so rechtzeitig. Also, wenn keiner mehr will, würde ich sagen, mache ich jetzt hier die Datenbank zu. Ich bin dann raus für heute. Ich wünsche noch ein wunderschönes Wochenende. Hauen Sie rein. Wir hoffen oder drücken alle die Daumen. Wir in der West auf jeden Fall, dass es morgen zu 3 Punkten kommt. Das ist wichtig. Gegen Magdeburg eigentlich ein Muss. Und ja, dann kann es ja schon gar nicht mehr schief gehen, oder? Ich wünsche euch was. Haut rein. Bye, bye. Ciao, ciao. Oh, wow. Herzlichen Glückwunsch und Werner! Grüße Sie mit mir! Die Meisterung im Kopf der Fremde 18! Herzlichen Glückwunsch und Julian! Und unser 2. Nummer 1 trägt den 2.3 Sieg! Herzlich willkommen Robin! Und dann ebenso herzlich willkommen vom Jombo-Taylor, Angi! Aus dem Kabin! Auf dem Fußball! Auf dem Fußball! Auf dem Fußball! Das war der FC Kaisersaubladen! Verlangen wir dieses wunderbare Stadion heute in einem Tor für die Seinfarkt! Für die Fremde! Alle Besten für die Runden Teufel! Geister! Werner Branche! Für die Schöne! Für die Schöne! Geister! Und ganz besonders herzlich begrüße ich in Frank und Rom jetzt mit meiner Stadion den Feind der Romantolke Feueramt die Garten! Ich schaue, wie immer, sehr, sehr gerne in den Süd in unserem Stadion. Guten Abend, Südtribüne! Guten Abend, Monttors Tribüne! Guten Abend, Norbert Tino aus Monttribüne! Ich begrüße natürlich ganz besonders herzlich die Fans! Ich kann das auch ganz berühmtesten, ich kann das auch ganz heißes Tag, Kurve! Hallo, guten Abend, Bechtskurve! Hey! 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 Heißt du, 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 Heißt du! Die Mannschlossaufstellung unserer ersten FC Kaisersaufgang wird präsentiert von der Now-Arts-Gruppe, dem Automobilpartner der Roten Teufel. Und hier sind sie, unser Männer, die Mann! Wir begrüßen unsere Nummer eins und drei, die 18, Julian! Ja! 2, Boris! Ja! 6, ein, Mami! Juli! 9, Wagner! 8,000! Hälfte, Gewandertäufig, Kenny Pins! Wer kommt noch? 15, Timo! Hurra! 15, Daniel! 20! 20, Tobias! 8,000! 26, Vieh! Mama! 31, Ben! 19! Und hier 33, Spiel, Jan! Der Handy! Aufgewandt, zweite Nummer eins, seit die 32, Robin! Immer wahr! 4, Afis! Amen! 5, Kevin! Raus! 7, Nanon! Mitja! 8, Joe! Immer! 10, Trio! 4, Kevin! 16, Aaron! Oho! 29, Richmond! Tassi! Und mit der 40, Spiel, Dixon! Abi-Aba! Lasst uns gemeinsam angehen, verwandeln wir dieses Stadion von der ersten bis zur letzten Minute in einer gottisch heißen Fußball-Aktosphäre unserer Mannschaft, braucht uns heute mehr, 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 mehr! Lasst uns gemeinsam angehen, alles für unseren 1. FC Kaiser! Bravo! Ciao! Ole, ole! Ole, ole! New, 81, Ole, ole! Ole, ole! Oh, leh, oh, leh, oh, leh! Oh, leh, 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 oh, le Kaisersloper Schade, 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 Schade. Schade, 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 Sch Lauf, 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 Lauf! Hier schreit man die 15er-Spielminute. Tor auf 4 und der 1. FC Kaisers. Lauf! Die Versmächte gab es in der 3-Rekte-Spielstand. Lauf! 1! Langebos! 2! Und wir bedanken uns bei uns, 1 und 2, bei Daniel. Hachst nicht! Alle, alle! Alle, alle, alle! Oh! Komm, 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 komm! Ja! Komm! Oh! Da ist der Leine! Oh! Ja! Ja! Wir schreien die 20. Spielbundel. Tor auf für unseren 1. FC Kaisers. Ja! Magdeburg! Und die Fans will sich auch präsentieren den aktuellen Spielstein. Rautum! 2! Magdeburg! Und wir bedanken uns wiederum an Spielbundel 19. Bei Dörrchen! Halt! Schalalalala! 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 Ja! Ja! Ah! Der ist noch, der ist noch, komm! Ah, du bist so schön! Ah! Ja! Lauf durch, lauf durch! Zieh ab, zieh durch, zieh durch! Ja! 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 Ganz stark, Sovitzki! Stehen wieder auf! Aufstehen! Ja! Achtung! Alter, ich sag mal, kein Problem! Ja! 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 Ja, der ist ausgefahren! Wir müssen draufschieben! Schiebenboot drauf! Ja! 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 Musik 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 Hört ihr die Kurve schreien? Alles wird geträgt, wir lassen den Spiel im Stich, lautern wir lieben dich. Schöne, 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 Schöne! Schöne, 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 Schöne! Schöne, 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 Schöne! Schöne, Schöne, Schöne! Ja! 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 Und der Sieg für uns! Ja! Komm wieder raus! Ja! 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 Zwei auf einmal! Da war gar nichts! Ja! 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 Bei unserem 1. FC Ferserich! Die Fels-Märziger präsentieren. Wir haben den Spielstand. Rundtag. Neu! Lackenburg. Juhu! Die übernachten uns bei unserem 1.11. Bei Kenny Grimms! Hey Gott! Lackenburg! 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 Lauch an allee! Applaus Achtung! Ami Aba! Lautan Ale! Lautan Ale! Macht doch Druck! Macht doch Druck! Der raschelt, ne? Weiter, 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 weiter! Spiel doch die Otterseite! Spiel doch! Ja komm, also da geht mehr! Wir brauchen unser Schiffspiel-Den-Hotterspieler-Mächse. Wir brauchen unser Schiffspiel-Den-Hotterspieler-Mächse. Wir brauchen unser E-Mail-Hotterspieler-Kauf von unserem E-Mail-Bellen. So nimmt sie! Wir grüßen euch hier im Spiel, unser Bundeskanzler! Super! Wir brauchen unser Frau. Wir brauchen unser Schiff zu treten, unsere Schiffspieler! Super! Super! Ja. Wir brauchen unsere Schiffspieler-Meshwartze Dame! Ja! Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Gute, 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 Gute Gute, Gute Gute, Gute Gute, Gute Gute, Gute, Gute 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 Gute